Hallo und herzlich willkommen, der FC Chelsea gab diese Saison übermäßig viel Geld aus und hat damit alle Rekorde gesprengt, aber das eigentlich im negativen Sinne. Und wie es dazu kam und wie das überhaupt funktioniert, schauen wir uns mal in diesem Video genauer an. Alles fing damit an, dass Todd Bowley der neue Investor vom FC Chelsea wurde. Er übernahm den Londoner Club im Mai für rund 5 Milliarden Euro. Thomas Tuchel konnte daraufhin im Sommer einen Aufbau nach seinen Vorstellungen machen und gab fast 300 Millionen aus, was schon eine immense Summe ist. Nur damit er am 7.9.2022 nach 99 Spielen beim FC Chelsea entlassen wird. Er hatte einen Punkteschnitt von 2,07, was eigentlich sehr, sehr stark war, trotzdem wurde er entlassen. Der neue Trainer wurde Graham Potter. Mit ihm konnte man im Winter wieder einen Umbruch anstreben und er gab fast 330 Millionen aus. Darunter auch Premier League Rekordtransfer Enzo Fernandes, der erst im Sommer nach Benfica aus Argentinien kam. In diesem halben Jahr bei Benfica war er zwar ganz stark, aber nicht über 100 Millionen wert. Seine WM war zwar auch stark, aber das ist kein Grund für ihn über 100 Millionen auszugeben. FC Chelsea gab insgesamt in dieser Saison damit 612 Millionen aus, was eine immense Summe ist und die Rekordausgaben in einer Saison sind. Und man nahm nur 68 Millionen ein. Die Gesamtbilanz damit nach dieser Saison, nach den beiden Transferphasen, minus 544 Millionen. So etwas wie beim FC Chelsea in dieser Saison zu verhindern, wurde ja eigentlich das Financial Fair Play erfunden. Aber der FC Chelsea umgeht auf eine gewisse Art und Weise dieses Financial Fair Play. Wie das möglich ist, darauf gehen wir erst gleich ein. Aber was ist das Financial Fair Play überhaupt? Es ist seit 2011 im Einsatz und es besagt, dass die Ausgaben die Einnahmen über einen Zeitraum von drei Jahren nicht übersteigen dürfen. Eigentlich relativ einfach. Was für Strafen gibt es dabei, wenn man dieses nicht einhält? Das erste wären logischerweise Geldstrafen. Danach Punktabzug, Champions League, Europa League oder Conference League. Das dritte wären Einschränkungen der Kadergröße. Als viertes sogar Ausschlüsse aus Wettbewerben. Und das letzte wäre, dass ein gewonnener Titel aberkannt wird. Kannte Fälle dafür wären Manchester City und Paris Saint-Germain. Beide mussten in der Saison 2013-2014 60 Millionen Euro als Strafe zahlen. Und der Champions League Kader wurde zudem von 25 auf 21 Spieler runtergesetzt. Genauso wie die acht Klubs AC Mailand, Inter Mailand, Juve, Roma, Pesce, AC Monaco, Olympique Lyon und der türkische Klub Biskitas Istanbul zu einer Strafe von insgesamt 172 Millionen, bestraft wurden in dem Zeitraum von 2018 bis 2022. Zurück zum FC Chelsea. Wie schaffen sie es jetzt, das Financial Fair Play so zu umgehen, dass sie keine Strafe einbüßen müssen? Eigentlich ganz einfach. Sie geben den Spielern extrem lange Verträge. Die perfekten Beispiele hat man damit mit Mudrik und Enzo Fernandes, die beide in diesem Winter für fast 200 Millionen zusammen kamen. Beide haben einen Vertrag bis 2031 und somit kann der FC Chelsea ihre Ausgaben auf eine sehr, sehr lange Zeit strecken bei diesen Spielern. Und zudem zahlen sie die meisten Spieler in Raten ab. In der Bundesliga wären diese langen Verträge nicht möglich, da sie hier nur maximal fünf Jahre laufen dürfen. Und somit hat der FC Chelsea mal wieder einen Premier League Vorteil, um es so zu sagen, und sie umgehen damit auf eine gewisse Art und Weise das Financial Fair Play clever. Als Reaktion plant die UEFA darauf hin, die Financial Fair Play-Regeln so anzupassen, dass die Ausgaben nur noch auf maximal fünf Jahre gestreckt werden dürfen, selbst wenn die Verträge länger laufen. An sich ist das eine sehr, sehr gute Idee von der UEFA mal, aber es kommt wohl in dem Fall FC Chelsea in dieser Saison zu spät. Aber selbst mit dieser Regelung wäre das Investorensystem, das Financial Fair Play, noch immer noch nicht perfekt, Wenn man auf Fälle wie Manchester City und Paris Saint-Germain guckt, die eine 60 Millionen Strafe bekommen, für den Investor sind diese 60 Millionen jetzt nicht sehr schlimm. Viel, viel schlimmer wäre aus Sicht des Klubs, wenn sie Punktabzug bekommen würden oder disqualifiziert wären. Würde die UEFA da mehr durchgreifen, wäre das sehr, sehr viel wichtiger und würde das Financial Fair Play sehr viel besser machen, als es aktuell ist. Erst recht, wenn man auf den Vergleich guckt, dass der FC Chelsea in der Wintertransferphase 330 Millionen ausgibt und die Bundesliga noch nicht mal 70 Millionen ausgibt. Das ist schon sehr erschreckend und damit wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage Tschau und bis zum nächsten Mal.